Ich möchte fliegen. Jemanden besuchen. Online-Spiel. Roger. Neuer Trainingsplan. Wollen wir mich eigentlich komplett verarschen? Ja, Freundeslist. Ich will keine neuen Trainingsplan. Ach Mann. Materialien diversis. Ich muss eigentlich so gerade sitzen. Perfekt. Da bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Oh, da ist ein Geldbaum, der gehört mir. Ich würde dir raten, das Ding jetzt schon abzuernten. Wieso ist bei dir so schönes Wetter? Wieso ist bei dir... Ah, da steht er schon wieder. Okay, dann ist es bei dir random, die Wetterlage. Aber das ist noch 30.000, das ist doch nichts... Wieso ist denn bei dir so schön? Wieso ist... Warte, ich muss die... Ich muss die... Oh, hallo. Ich muss die Zeit irgendwie auch umstellen. Das ist... Ah, genau. Hier war ich und dann gab es hier unten... Ich erinnere mich. Wer ist das denn? Kralzen? Oh, das ist cool. Das ist ein cooler Typ. Das ist ein cooler Typ. Bist du gegen den Insektikusturnier hier? Wie andern damit die Welt in Sekten? Aber wenn mein Ding jetzt gleich kaputt geht, mein Kesha? Eigentlich meide ich große Veranstaltungen. Zum Insektikusturnier wurde ich jedoch... ...surind berufen. Oh, jetzt habe ich das nicht gelesen. Okay. Das heißt, so viele Insekten wie möglich zu fangen. Es ist 18 Uhr. Okay. Diese kannst du bei mir dann gegen... ...sach klar, den Sekten oder Lektar entauschen. Okay. Ich gehe wirklich davon aus, dass ich mehr als 24 fange oder so. Keine Taschenplätze mehr. Aber sowas von. Ab drei Exemplaren gibt es Bonuspunkte. Okay, Husi kann es kaum abwarten. Mein Ding wird kaputt gehen. Das benutze ich schon den ganzen Tag. Du weißt doch am besten, wo es bei dir Insekten gibt. Jetzt hast du irgendwo so einen geheimen Ort. Das Ding ist genau da. Hat sich durch die Tür geglitscht. Also normalerweise gibt es überall Schmetterlinge. Nur heute nicht. Bin ich gut dabei? Oder bin ich gut dabei? Das ist echt cool, so ein Minispiel. Das ist aber so herrliches Wetter. Hier da unten ist ein Schmetterling. Und ein Schmetterling. Ich habe gesagt, ich gehe mal auf das kind. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Dann schmecke dir ja nach. Und dann schmecke dir ja noch mal auf. Also restaurate das ist schnell. Ich gehe mal auf. aber wenn ich nur wüsste wie das funktioniert Insekten am Strand gibt es glaube ich nicht so viele Traum noch einen, habe ich fünf Der war doch noch Ey das war in der Zeit, ich habe das Ding noch gefangen Ich habe fünf Insekten bitte BAM Ich habe das Ding noch gefangen Ich habe das Ding noch gefangen Ich habe fünf gefangen Ich habe das Ding noch in der letzten Sekunde angefangen Ich habe das Ding noch gefangen 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 Ich habe das Ding noch Ich habe das Ding noch kidnapped Ich habe gut angefangen, ich habe gut angefangen. Jawohl. Oh, heftig, heftig, heftig. Da oben sind noch zwei Schmetterlinge. Locker. Easy. Finde ich unten was? Oder vielleicht doch nochmal nach oben? Farbe, ich bin gleich in zwölf Sekunden bei Ihnen. Ah, so stark angefangen. Schade. Ah, nur fünf Stück, richtig schlecht. Wir machen die echt gut Insektenfang. Mein König, ich werde morgen am Discord-Server weiterbasteln. Heute war ich bereits sehr produktiv und morgen wird der letzte Feinschliff angelegt, sodass wir im Sonntag-Stream einweilen können. Am Sonntag? Habe ich gesagt, dass wir Sonntag-Stream? Können wir machen. Ich bedanke mich herzlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Nach oben. Achso. Verloren, 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 verloren. Gibt's kein auszulachen im Mood? Aha, ich habe gewonnen. Habe ich was verpasst? Das war eine sehr gute Runde. Du hast Sechster gefangen, damit kriegst du noch einen Bonus für drei oder mehr obendrauf. Was heißt nur, sobald ich genügend Punkte habe, ich müsste jetzt wieviel 28 schon haben? So, wo stehen meine Punkte? Man weiß es nicht. Wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Dieses Viech. Da kannst du auch nicht langsam mit der Hände. Ich will das haben. Ich will das haben. Das war ein Krampf, verdammt. Da oben war da noch so ein Ding. Ah, der war so ein Schmetterling. Oh, was bewegt sich da oben? Ist es mein Gegenspieler oder ein Insekt? Okay. Nice. Drei Stück. Okay, ein viertes Ding. Okay. Die Hälfte ist vorbei. Ich könnte theoretisch acht. Ja. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Keine Insekten auf der Höhe. Ich mach hier deine ganzen Blumenkappe. Nichts. absolut nichts mehr gefallen. Oh, da oben ist ein Ding. wieder nach oben, wieder nach oben, wieder nach oben, wieder nach oben. Ding wechseln. Da hätte ich das Ding vorher gesehen. Guck mal, was da jetzt alles rumfliegt. Oh, mein Sternkischer hat sie wohl ausgeliehen. Oh, ich muss ein paar Kirchen mitnehmen. 5.000 verkaufen. Wo ist denn dein verdammter Laden hier? Ich glaub, das war's. Ich hab meinen Kescher nicht mehr. Ich müsste eigentlich in deinen Laden nochmal kurz gehen. Und da ist er schon. Schade, ich hab oben einfach keine Insekten mehr gefunden. Aber ich möchte nicht alle verkaufen. Es gibt, glaub ich, ein paar, die ich noch abgeben muss. Nehme ich. Nehme ich. Oh nein, das muss da hin und das kommt hier hin, wobei ich auch das da hin legen kann. Aber bitte nur die Insekten, die ich noch nicht mehrfach habe. Weißt du, ich muss ein bisschen was mitnehmen. Warum schon einen Moment? Ich muss nur ganz, ganz kurz. Da fällt ja nix runter. Gibt's denn noch Birnen? Birnen möcht' ich auch noch mitnehmen. Wo ist denn dein Insektenmann jetzt da? Guten Tag. Ah, dafür gibt es nur Elfpunkt. Die Bebellen habe ich aber. Verkauft sie ein Sekt bei ihm. So einen Marienkäfer hatte ich nicht. So eine Lebelle hatte ich, glaub ich, noch nicht. Eine Honigbiene hatte ich auch noch nicht. Eine Wespe hatte ich. Der Rest könnte ich verkaufen. Tatsächlich. Diesen blauen Schmetterling hatte ich nicht. In Japan Schmetterling. Müsste mir auch hier angezeigt werden. Richtig. Die Bienen hatte ich nicht. Richtig. Das Ding hatte ich nicht. Ja. Das hab ich mal geschafft. Juppie jay. Kann ich das bei ihm verkaufen? Nein, 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 nein. Aber wo ist denn das Problem? Hallo, wir wollen nicht weiterspielen. Oh, da fliegt sie dir was. Oh, der labert mir wieder zu komisch. Na, kaufe ich sie dir ab. Kaufe mir alle ab. Insektenkäfig. Okay, der kauft aber nur die. Er kann mir nur die abkaufen, die hier drin sind. Aber ich möchte die verkaufen. Richtiger Lelik. Er ist ein richtiger Spackniester. Wo ist der Hammergeile Laden hier? Ja, das kann ich ja nicht wissen. Das sind ja nur die, die im Kiefer sind. Oh. Oh, ich hab ein Verlauf verloren. Ähm. Die nicht, sondern die hier. Dilli Potato. Hi. Deswegen hab ich schon, ne? Ich darf die nicht verkaufen. Ich brauch so eine Strichchenliste. Jedes Mal, wenn das einer sagt, würde ich gerne so einen Strich haben. So, und jetzt? Und jetzt? Wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Wenn es nur die Krone ist. Immer die Krone. Man wird auf die Krone runter reduziert, das ist echt. Silos Zwillingsbruder? Das würde ich gerne. Achso, weil er immer die Brille trägt. Oh. Was ist das? Ja. Man ist gar nicht dafür, dass ich der König bin. Ein König muss eine Krone zeigen. Also ich hätte kein Problem auch ohne Krone zu streamen, aber es ist ja King Cynical Games. Habe ich mir nicht ausgesucht. Hast du Discord? Also ich habe Discord und mein Discord-Server wird gerade eingerichtet. Und dann geht die Paria. Also ich habe Discord, aber kein Server jetzt. Das kommt noch. Hussi, du bist auch ein Hund. Ist alles in Arbeit. Wollen wir reden? Ein Bow... Bist du lang... Ist der langweilig? Oh, hier ist ein Schmetterling. Kann man irgendwann machen, wenn man irgendwie zusammen zockt oder sowas. Dann können wir auf jeden Fall im Discord zusammen quatschen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen verwirrt, wenn ich mit dir rum... Was ist das für ein Assi-Schmetterling? Wenn ich mit dir hier so rumquatsche. Okay, ich muss rüber. Oh, jetzt geht er wieder weg. Ey, Hussi, du hast auf deiner Insel nur scheiß Insekten. Weißt du das? Spielst du auch Animal Crossing? Hast du mich wegen Animal Crossing gefunden? Wuff... Wuff... Du meinst Wuff, muss mir schon raus? ich höre auch mit den flachwitzen ja das ist halt so wenn man ein haustier hatte dann hat man verantwortung die sind echt nervig weil die bleiben auch nicht richtig stehen ich will den stein fangen wenigstens den stein dann bis 20 minuten oder so danke für den follow und bis später peter ach ich finde das sehr interessant also wie sich da die follows wechseln heute kommen leute gehen das ist interessant ich gehe mal hierüber ich weiß nicht wenn das wenn das knosse irgendwann erfährt ich glaube es gibt ein schützturm des todes ich will gar nicht wissen wenn der irgendwie wenn der irgendwie meinen stream sieht und darauf reaktet würde ich gar nicht wissen was denken von mir denkt er rastet doch komplett aus aber animal crossing hatte auch slot maschinen oder nicht russi das wird nichts also ich die runde habe ich verloren mach mich auf den weg zurück zurück also ich schaue aber das fünf hinsen die ganzen fossilen ich habe drei du hast acht du hast acht stück hält sich gibt es länger als genossen das gibt es also ich habe 128 follows ob es mich da wirklich länger gibt weiß ich wobei knossi hat auch einen alten youtube account beziehungsweise als älteren youtube account also meine musikkanal ist von 2009 und mein gaming kanal ist von 2013 und damals war schon king cynical music und king cynical games daher ja king cynical music von 2009 hast du da hinterher geguckt oder was hast du geguckt wann ich das erstellt habe wieso fange ich immer noch insekten bist du so einer hast direkt überprüft oder was wann ich denn erstellt habe also gar mein zweiter kanal also der erste ist ja gelöscht worden das war noch king cynical ich war immer der könig ja drei ist halt sehr wenig ja aber knossi muss so hast du bei ihm auch nachgeguckt also sein kanal ist auch noch mal von 2014 15 oder sowas aber das ist ja normal dass man den halt vorher hat man hat halt nichts hochgeladen also war nicht selber youtuber oder streamer oder was auch immer man hat sich halt ein account angelegt und was vielleicht so ein bisschen deutlicher zu machen ich war damals auf youtube unterwegs da konnte man fünf sterne vergeben für die videos ich glaube das sagt alles komm fünfter letzte runde ich schwitze schon aus dem arsch hier ich habe arschwasser das ist echt spannend hier ich habe einmal gewonnen einmal gewonnen los gehts los gehts warte du kannst doch starten ich kann mir schon mal einen Insekt suchen also ich wäre bereit starte die runde muss sie wir wollen noch eine letzte runde machen last round 3 2 1 machen wir jetzt einer oder machen wir keine 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 5 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 6 6 6 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 20 Du weißt, wie ich das meine, Hussi, ne? So, wie ich es gesagt habe. Das ist ein neuer Schmetterling. Den hatte ich noch nicht. Es geht mir nicht ums Gewinn. Jawohl, vier Stück. Oh, ich brauche jetzt eine Schmetterlingsherde. Wie nennt man das? Schwarm. Schmetterlingsschwarm. Oh, über diese beschissene Blumen. Oh, da unten ist einer. Wo ist das genau so einer? Leute. Karma, Gerechtigkeit, so muss es. Wo ist er? Hussi, du bist der Beste, weißt du? Jawohl. Man könnte sich mir fünf zufrieden geben, oder man fängt noch ein. Das ist keine schlechte Wunde von mir. Die Personal Best. Ich hatte sechs. Sechs hatte ich schon, glaube ich, eben. Oh, wo sind die Kackschmetterlinge? Respawn die wieder da, wo wir waren, oder muss ich woanders hin? Oh, da oben ist einer. Sieben schon ist einer. Das ist schon eine Meisterleistung hier. Die beste Runde, jetzt die beste Runde. Ja, weißt du? Jetzt ist er hier unten. Jetzt gewinnt er mit einem Insekt. Nix easy, Hussi. Okay. Wo sind deine seltenen Fossilien? Alles klar. Simon ist wieder da. So. Ach, wobei, ich kann die ganzen anderen Schmetterlinge nicht mehr aufheben. Also, das war die letzte Runde und das war auch die beste Runde. Acht zu sieben. Hattest du jemals so ein spannendes Spiel, Hussi? Natürlich nicht. So, die ist hier die königliche Stimmung. Was haben wir denn hier auf dem Boden? Aber irgendwie gibt es bei dir nur Schmetterlinge. Potato. Du hast dich selber so benannt. Hast du das Spiel? Was hast du eben gesagt? Hast du das oder hast du das nicht? Du hast ja wahrscheinlich nach dem Spiel gesucht. Oder nach König. Muss aber leider gehen. Hai muss aber leider gehen. Was ist das denn für eine Logik? Sag doch Tschüss, ich muss leider gehen. Bin wieder da. Hai muss leider gehen. Ich habe 495 Spielstunden. Ich kenne jemanden, der hat 1100. Warte mal, wo ist der neue Schmetterling? Ach, der ist noch da drin in dem Ding. Kohlweißling. Tastliches Ding. Weg damit, weg damit. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ja, im Käfig. Jawohl, 104.000. Rübenpreise. Rübenpreise. Ich hätte ja nach den Rübenpreisen fragen können. Bestfriend hat 2655. Reine Spielzeit oder lässt er das Spiel einfach laufen? Okay, Hussi. Wenn du eine neue Runde startest, ich mache hier aus. Wir haben 5 Runden, haben wir gespielt. Und es stand 8 zu 7, das war die absolute Härte. I don't know. Ja, 8 wäre für mich persönlich schöner gewesen, aber ist okay. Aber ich würde ganz gerne wissen, wo die ganzen Punkte sind. Jawohl, ein geiles Ding ist das. Das kann ich verkaufen. Keine sechste Runde, Hussi. Vergiss es, ich mache da nicht mit. Du machst keine sechste Runde. Vergiss es. Ich wollte ja eigentlich einen auf den Kopf geben. Du machst keine sechste Runde. Wieso nimmst du alle? Weil ich die hier verkaufe, weil hier die coolen sind. Kann ich kommen? Warte mal, mein Herr. Du kannst mir deine Rübenpreise sagen. Scheiß auf Aktien, auf Bitcoin, auf keine Ahnung was. Rübenpreise. Das ist der letzte Shit. Ich brauche eine Zahl. Dreistellig. 58. Okay, jetzt wirst du wirklich geblockt. Also ich habe die für 103 habe ich die gekauft. Wieso habt ihr so kleine Preise? Oder ist 103 zu viel? Habe ich zu viel bezahlt? Was ist das denn hier? 99.000 Sterne ist, sag. Wieso habe ich 99.000 Sterne ist, sag. Bin Timeskipper und verkaufen die Rüben. Aber Leute, also wieso macht ihr das? Ihr macht euch voll das Spiel kaputt. Das ist ja... Mehr oder weniger cheaten. Damit minimiert ihr euch die Freude am Spiel. Oder ihr bekommt einen kurzen Kick. Und dann ist Ende. Ja, aber das ist ja wirklich so, weil... Ja, ich sage immer nur, weil es möglich ist, muss man das ja nicht machen. Was ist das denn hier bitte? Hussi. Woher habe ich 99.000 Sterne ist, sag. Woher habe ich das? Rübenpreise bitte. Hussi meinte 150. Richtiger Bastard. Das ist 75. Es ist jetzt alle unter 100. Ganz ehrlich. Das ist mich angelogen. Was ist der DC? Was meinst du mit DC? Ach, der Dodo-Code. Und das weiß ich gar nicht. Also wir haben das immer per Freundesliste gemacht. Du kannst natürlich auch... Da kann ich die Dinger nicht einfach rausnehmen. Ich wusste, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt ein Ding gefangen. Ich habe gesagt, ich mache keine nächste Runde. Die zählt nicht. Böse. Ich habe gesagt, wir machen keine nächste Runde. Wo gehst du hin? Wieso kann man hier keine Leute verletzen? Was ist das denn für ein Mädchenspiel? Habe ich es gesendet? Habe ich es gesehen. So, wer verlasst du? Fünf Stück. Das ist nichts. Schäm dich. Hätte ich richtig Gas gegeben, hätte ich dich besiegt. Woher habe ich dieses Ding? Woher habe ich 99.000? Das ist zwar dein eigenes Geld, aber okay. Wieso ist das mein eigenes Geld? Ich weiß wieso. Her damit. Gib das Geld wieder. Ja, wenn man... Ja, ich habe es gecheckt. Her damit, her damit. Hö auf meine Sachen zu beklauen. Her auf mich zu beklauen. Nur weil es auf dem Boden lag, heißt es nicht, dass du es aufheben darfst. Verdammter Bastard. Du weißt, dass wir neue Zuschauer haben. Was sollen die Leute von dir denken? Ich möchte meinen Sack haben. Wie Pech. Gib mir meinen Sack wieder. Ich habe es verloren, verdammt. Nichts Kappa. Also, das geht gar nicht hier. Da mache ich alle deine Blumen kaputt. Nein, es war ein Spaß. Her damit. Ja, wir... Konnte ja keiner Ahnen, dass es spürt so komisch ist. So, wie sieht es mit diesen Fossilien aus? Darf ich die behalten? Fossilien? 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 Okay, wer möchte hier was von mir? Sehr vertrauenswürdig. Hätte ich das Ding random bekommen, ohne dich jetzt im Chat gesehen zu haben, oder gehört zu haben, hätte ich nie im Leben hier angenommen. Aber das ist nicht gelogen. 495. Fortnite, okay. Fortnite-Spieler annehmen, das ist so eine Sache. Okay. Fünf Stunden Mario Maker. Aber du hast mehr Animal Crossing als Fortnite, das ist schon... Software starten. Fortnite ist Müll. Alles klar. Fortnite ist Schmutz. Jawoll. Habe ich spült Animal Crossing? Und was ist neulich gespielt, Deli? Sag bloß, du kennst Deli, Russi. Fossilien? Ich habe ein Ding gefangen, ja. Darf ich die Fossilien behalten? Achso, da geht mir doppelt so viel. Danke, dass du mir das nach... Nach 40 Minuten sagst. Ich habe auch mal Vorteil... Ja, ich habe auch mal Vorteil gespielt, in die 10 Runden und dann dachte ich mir... Weg damit. Was ist denn? Also, Hussi nochmal... Fossilien darf ich behalten? Weitere, wir haben drei Stunden eigentlich... Wollte ich bis 10 Uhr machen. Ich wollte bis 10 Uhr machen. Also für Leute, die jetzt da sind, morgen und übermorgen kein Stream, weil ich morgen unterwegs bin. Ich habe eigentlich die nächsten zwei Tage Fußball, dessen geht das nicht. Erst am Donnerstag. Donnerstag geht die Party los. So, was soll ich Donnerstag streamen? Leute, her mit den Ideen. Was soll Donnerstag da ankommen? Ab 19 Uhr. Das Volk hat die Wahl. Fossilien. Fossilien. Was ist mit Fossilien? Das Pokémon DLC. Haben wir Befürworter? Okay, komm, Donnerstag Pokémon. Kein Ding. Okay. Wir haben uns entschieden, Donnerstag Pokémon zu suchten. Ich bräuchte nochmal die Information, wie man hier die Tagezeit ändern kann. Denn wenn ich jetzt weiterhin zocke, möchte ich gerne, dass es Tag ist, wenn ich um 19 Uhr zocke. Ne, ich verlasse die Insel. Ich verlasse die Insel. Der Typ ist süchtig nach Insekten. Ich bin weg. Der hat mich mit seinem Scheiß-Rüben-Preis auf seine Insel gelockt mit, oh, ich habe 150, kannst du verkaufen. Und dann ist es die Hälfte, 75. Tja, ich möchte wieder abreisen. Ich will nach Hause. Nein, ich will nicht nach Hause. Nein, ich will nicht nach Hause. Hussi, du musst auf meine Insel kommen. Nein, Hussi, ich komme gleich wieder. Verdammt, ich habe was vergessen. Ich habe gesagt, komm auf meine Insel, nicht wegen Rüben. Nein, du hast gesagt, Rüben-Preis 150 und Fluss-Überraschung. Klingt nach einem Ü-Ei. Viel Spaß, Überraschung und Geschmack und keine Ahnung was. Willkommen. Wieso ist es bei dir eigentlich hell? Wohn es noch am anderen Ende der Kugel. Ich muss nochmal zurück. Hussi, es tut mir leid, ich komme wieder. Ja, das werden wir nochmal überprüfen. Okay, ich gehe kurz ins Museum, bringe die Dinger weg. Bring das Geld weg und dann komme ich nochmal, Hussi. Komm, bei mir sieht es schon viel gemütlicher aus. Also bei mir ist immer Nacht und es regnet. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das heißt, Potato, du kommst auch aus Österreich. Fossilien analysieren. Ja. Jetzt wird richtig gestiftet. Oh, kein einziges Hussi. Also seine Fossilien sind auch nicht die besten. Aber ich habe nur Insekten gefangen. Wir können auf jeden Fall nach so zwei, drei Streams, können wir nochmal so einen Rundgang machen im Museum. Da sind auf jeden Fall einige Sachen dazu gekommen. Ab zur Bank. Leute, Rübenpreise nicht vergessen, ne? Ich habe Rüben zum Verkaufen. Da sage ich jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe. Die werde ich verkaufen. Die werde ich mal überprüfen. Wie viel ich dafür bekomme. Und dann komme ich auf deine Insel. Dann werde ich mir eine gewisse Sache machen. Und dann würde ich mich gerne für heute verabschieden, denn es ist Montag. Es gibt noch einiges zu tun für die Woche. Bankautomat. Ein oder tausend. So schnell, schnell, schnell. das werde ich auch gleich überprüfen wie viel die einzelnen kosten ein sehr schöner schmetter mich wundert es dass tatsächlich im spiel der schmetterling admiral nicht existiert ist es auch nicht der schönste schmetterling aber dann gibt es ist eigentlich ein sehr bekannter schmetterling aber jetzt nicht wirklich ach nein ich kann nichts mehr verkaufen dieses spiel machen ja ich kann es in die dings anlegen ich überprüfe das jetzt 1200 1200 1200 1200 ich müsste 1500 bekommen mit dem entsprechen weniger bekommen 4400 3200 1600 wir sind alle unterschiedlich viel wert ok da warte ich lieber bis morgen da habe ich keinen bock irgendwie weniger zu bekommen muss ich komme ich möchte fliegen niemanden besuchen hier ist aber die habe ist eher inseln online spielen roger also ich muss eigentlich noch zwei inseln besuchen einmal von ich kann mir seinen namen nicht merken und wo ich und vielleicht auch von potato per freundes code ich weiß gar nicht wie mein dodo code ist aber dir muss ich noch aber dir kann ich kein foto machen das ist auch wieder ehrlich ich kann bei dir mein pass nicht ändern so jetzt kann es losgehen als ob sie alle freundschaftsspiele als ob sie alle freundschaftsspiele jetzt schon suchen und da bin ich wieder ich müsste eigentlich viel mehr früchte mitgehen lassen und da bin ich vero eins b b b b b b b b Ah, da bin ich. Hussi, wo du sein? Oh, was ist denn dein Problem, verdammt? Ach, du wirst irgendwann her zurückkommen müssen. Oh, wieso ist sie denn immer da, das ist so ätzend. Wo ist er denn jetzt? Ist wieder so ein fossile Ding. Wieso Spawn bei dir mehr als bei mir? Oder hast du den nicht? Ah, wo ist er denn jetzt? Hussi, ich möchte doch nur ein schickes Foto mit dir. Wie verschollen, wo ist der Typ? Ja, da müssen wir mal hier unten warten. Jupp, 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 jupp. Ist auch das Letzte, was ich heute tue. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. 12 persönliche bestleistung oder kommt er da kommt er da kommt da mal gleich 500 fotos wenn es sein muss wieso zählt das denn nicht muss hier muss man denn ich auch jetzt 12 muss man denn ich ein foto machen ich bin jetzt schlafen wünsche euch eine gute naht aber fabi muss man nicht irgendwie ein foto machen mit dem mitspieler für das archiv mit sich das falsch blicke ich wieder nicht durch oder muss sie auch in die kamera gucken muss ich auch ein schickes foto muss ich das 100 mal machen ich mache sehr viele fotos ok irgendwie werde ich ja komplett verarschen mein handy sagt man hat jemand eisen würde ein stack für 200.000 abkaufen flo zock 13 eine wunderschöne guten abend für 200.000 das ist schon eine menge ich brauche zwar viel mehr aber ich habe glaube ich nicht so viel ich habe glaube ich habe schon zwei stecks 200.000 so ich habe da steht genau 200.000 nicht 300.000 da steht flo ich habe will aber 300 kann man sich die geschäfte auch kaputt machen also ich bin jetzt momentan auf seiner insel also er möchte auf jeden fall so ein angebot hatte ich noch nie aber wenn du sechs steine hast aus jedem kommen so ein paar dinge aus 200.000 ist ja das wert muss sie nimmt wieder hier geschäfte macht sich also zahlen wie viel kriegt man denn für eisen in eisen so verkauft so ich fliege jetzt nochmal zurück zu meiner insel also ich denke mal 200.000 ist schonmals was kann bock zu fahren wieso gibt es bei animal crossing nicht so ein online handel ding wenn du eisen so verkaufst was sollst du alles